Spiderman 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 Ich halte Joni Spiderman. Der normale Spiderman ist, dass ich ganz auf dem Bauch liege und meine Beine nach hinten gestreckt sind bzw. angezogen sind. Nun mache ich einen anderen Spiderman. Ich muss diesen Arm einklemmen. Ich bin auf beiden Knien und mein Po ist tief. Ich klemme nun den Arm ein, indem ich die Einwand unter den Kopf nehme und mein Ellenbogen berührt mein Knie. Die beiden Punkte sind zusammengeklebt. Nun kann Doni den Arm nicht mehr befreien. Diese Position hat eine sehr große Kontrolle und somit kann ich ihn sehr gut festhalten. Die beiden Punkte sind zusammengeklebt.